Wo? Was ist daran Fake? Was ist daran Fake? Was habe ich vergessen? R9 Optimus Prime! R9 Optimus Prime! Ich habe das noch nie gesehen! Ich habe das noch nie gesehen! Ich würde euch doch niemals anlügen! Niemals würde ich doch euch anlügen! Niemals! Ich muss sich daran gewöhnen, dass du jetzt nicht mehr so einen Tempo-Spieler hast. Unabhängig davon ist natürlich ein Spieler wie Baran, der 1,4 Millionen kostet, in der E-Paw, nicht nötig. Oh sorry! Oh mein Gott! Der war übel, der war übel! Mach mal bitte einen Clip davon, damit wir das Basti jedes Mal, wenn er schlechte Laune hat, vorspielen können. Ich gehe davon aus, dass er ein bisschen was kann, aber wir werden auf jeden Fall auch unseren Spaß haben in dieser Partie. Und was war das denn? Was war das? Einfach Bein gebrochen bei dem Trick! Bester Mann! Noch nie sowas gesehen! Ronaldo! Ronaldo! Cristiano! Ronaldo! Und der bricht sich hier leider auch was! Du kannst! Ich konnte nicht weiter reinlaufen! Ich wollte mitten ins Tor laufen! Das ging nicht! Ich sag ja, wie eine Wand! Deswegen hab ich gerade der Ball war drin! Und jetzt kommt die Wand! Bup! Da! Er rennt und rennt und rennt und rennt! Es geht nicht weiter in dieses Tor! Es geht einfach nicht weiter ins Tor rein! Was? 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 Wann wurden die Punkte erwischt oder was? 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 Ach, ich! Oh! Komm! Digga, Cruyff! Let's go! Nicht spielbare Icon! Let's go! Mit seinen verfickten 5 Millionen Karten da vorne wieder. Guck mal, alles springt wieder zu ihm. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Scheiß auf die Niederlage. Ich verletze jetzt. Ich fick seine Spiele anders. Oh, Junge. Die Hand ist aufgeplatzt. Die Hand ist aufgeplatzt. Die Hand. So fest habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht dagegen gehauen. Der hat dafür Elfmeter gegeben. Das muss jemand klippen. Oh mein Gott. Wenn's reicht, dann reicht's. Ja, wenn der Mann dir zu gut ist. Castells bleibt stehen! Der bleibt stehen, Digga! Ey, alles gesehen. Der hört auf. Hier. Was macht der? Nichts? Nichts? Er steht? Er steht einfach. Ich hab alles gesehen. Oha. Gut. Julian, das klipst du jetzt. Ihr müsst jetzt die Chance mitnehmen. Ihr müsst es jetzt mitnehmen. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ich bin krank. Oh mein Gott. So heftig, Mann. So heftig. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh mein Gott. Komm. Oh mein Gott. Ich bin so nervös. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Boah. Football means everything. In Tigergrün. Wie krank ist das denn bitte? Wie krank ist das denn bitte? Das hat es in Bima noch nicht gegeben. Mit dieser Football means everything. Was dir der Fußball bedeutet. Dann zeigt mir doch mal, was euch der Fußball bedeutet. Und nicht, dass ich mit Neymar 50 mal hin und her skillen muss, damit ich irgendwie ein Tor schießen kann in eurem Spiel. Zeigt mir doch erstmal, was euch der Fußball bedeutet, Mann. Ganz ehrlich. Aber nein, in eurem Game muss ich ja 20 mehr an Skills machen, um an ein Tor zu schießen. Mann. In welcher Gruppe man ist. Kann man die sich anschauen oder sieht man am Ende auch, ähm, ähm, in welcher, ähm, die, die ganze F***. Was ist denn ja auch immer überleben? Ey, was ist das denn, Mann? Ich könnte jetzt so gegenboxen, Alter. Huh an so einem Spiel. Ah, yo. Alles klar, aber nicht so ein dummes Tor kassiert. Ja, ich, ich, Alaba musst du nicht cinchen. Und Alaba hat halt schon so krasse Tempowerte. Was musst du denn nennen? Cinchen. Cinchen. Cinchen, Digga. Ich muss reagieren, Jungs. Zum dritten Mann, du f***st mir. Zum dritten Mann. Es gibt 90 Icons und ich zieh den drei Mann. Aber nicht, nicht viel. Oh no. Oh no. Marone, 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 Maronell. Was macht Maronell? Daniel? Oh. Oh. Imagine, das wäre jetzt kein Tor geworden. Dann wäre ich wieder, dann wäre... Was ist das für ein Schuss, Digga? Boah, schön, als der mir noch eine Million gekostet hat. Walkout. Gerade Häuser aus Eigenpick, aber leider nur Mittel. Nee. Nee. Ah, was heißt das? Nein, da nur Hö. Oh, ho, ho, ho. Uh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Junge, habt ihr Crack geraucht? Ich frage euch jetzt noch einmal. Habt ihr Crack geraucht? Das bin ich übrigens hier, warte. Oha, Walkout. Meine... Ich hab ne Icon gezogen. Ja, Moin, Digga. So. Mein Lieblingsverein außerhalb von Deutschland. Barcelona, Freunde. Tutankam. Esunkam. He weiss den im Wasser. Platz. Passa. 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 Bossa! Du 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 Geil!